siehst du sie wollte dass wir da reingehen die hatte ich mich gehört und ist dann nämlich auch dahin ja danke antimate danke ja sie ist auch schon da draußen rumgerannt ich ran und antiment ist noch in der mitte sind alle da ja bringt mir aber nix der verletzte rennt weg und wo ist die meg ich bin der autor erst mal bei mir in der nähe man sagt bescheid wenn ich kommen kann ab jetzt ist aber kann ich aber nicht sagen er ist wieder da emper meyers generator machen bringt gar nichts er kann mich grad zu mir und hat genickt ich hab's gesehen ich weiß nicht ob er jetzt weg ist weil ich sehe nicht mehr wäre sowieso egal weil die doofe kuh holt mich wenn du mich jetzt holst während der meyers noch neben mir ist ist das dein fucking ernst rennt er die hinterher rennt er die hinterher nein glaube ich nicht dann kommt er gerade aus ich glaube er rennt der tussi hinterher die mich gerade abgehangen hat er geht ja kurz um die ecke was macht sie hängt mich ab ich hab nichts geschissen gekriegt und war fast tot toll pass auf die kommt auf uns hast du den leck gesehen den hatte ich mich auch eben okay die sind da können rennen in der schule den machen ich bin hier draußen die sind da zwei die meck kommt ja unten in der schule ist noch einer ja geh weg von der schule da ist nämlich die clodette die ist nämlich hier was ich wollte ja unten in die schule rein ich bin jetzt passiert ja was denn die anderen beiden anti mails und die haben jetzt nicht einen killer an dir abgeschossen schmiert sicher oh da bei dir ja sicher ich will jedoch ich habe gerade nicht in der richtung geguckt du bist so eine dumme rohre für den ausdruck aber und herr die 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 Ja, aber man muss sich doch versuchen, die Punkte zu holen. Boah, noch beide kuschelig nebeneinander. Pass auf, fertig gesehen. Nein. Jetzt aber. Ja, hängen die ab. Warum hängst du nicht ab? Weil du da... Ja, ich falle auf der hintere. Was denn jetzt? Ich hab keinen Bock auf die Runde mit den beiden Mates. Such du die Luke. Ne, auf sowas hab ich keine Lust. Nehmt mir schon wieder die Lust am Spiel, wenn du da so zwei Dorftrottel hast. Der hat dich gesehen. Ich will jetzt so lachen, wenn er auf der anderen Seite steht. Such die Luke, die haben es nicht anders verdient. Die haben sie ja schon versucht, selbst zu befreien. Ja, ja. Auf sowas hab ich keine Lust. Genau, rechts in die Ecke gucken. Rechts in die Ecke gucken. Da ist mich meistens auch die Luke, ne. Aber da ist Bounty öfters. Das ist sicher. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Vorsicht, da hinten ist er auf der Straße gewesen. Ja, hau mich ruhig. Habe ich gar nicht, ich glaube da hinten ist die Luca. Ich habe mich auch da gesehen. Ja, nö. Weiß ich nicht. Das hat dich gesehen. Nein. Nur weil er im Stalker-Modus war, deswegen. Guck mal, da hinten ist die Luca. Ah, der versucht sich in dir zu tarnen. Guck mal, da hinten ist er auf der Straße. Die Außenwände, ne? Guck mal, da hinten ist er auf der Straße. Guck mal rechts hinter dir. Nicht, dass die da an einem Platz ist. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gehe hinter dir an der kleinen Hütte gucken. Warst du da schon? Ich bin jetzt eigentlich bei All gewesen. Ach nee, da war es ja schon, ne? Ich gehe dann im anderen Haus mal gucken. So hinten, da ist die Häuserei. Da bin ich laut da, das ist lau. Herr Langeweile? Ich habe da schon zwei, dreimal sehen müssen. Ja? Stimmt. Ist auch keine Luke. Im Haus gucken noch mal. Nee, wenn er darunter ist, geht's. Ich gehe dann zum anderen Haus. Die Sachen, wenn es an der Vorderseite von der Schule ist. Da warst du noch nicht. So langsam bin ich überfragt. War doch jetzt eigentlich ein Fall. Ja. 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 Hey. Ja. 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 doch reingeguckt in die Ecke. What? Haben wir doch reingeguckt, genau in diese Ecke. Ja und, dann habe ich halt ein bisschen länger gebraucht, um die zu kreisen. Aber wenn der die ganze Zeit um die Schule kreist, was soll man machen? Wenn man die ganze Zeit außen sucht, die ist in der Schule. Kommst du? Eine Sekunde.